Musik Ja Hallöchen ihr Lieben und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring ihr Lieben Ja in dieser Folge und den nächsten 2-3 keine Ahnung ohne Facecam es ist einfach so unglaublich extrem heiß in der Wohnung dass ich einfach oben ohne sitzen muss Leute und das tue ich natürlich euch nicht an Leute es ist einfach so So ich bin hier im Dorf der Albinaurex da habe ich den Bossgegner letztens besiegt Ich möchte in die Kirche der Gelübde gehen denn Leute ich habe herausgefunden dass ich habe ich habe unabsichtlich Alexander angegriffen einmal draufgeschlagen unabsichtlich und es ist mir böse gestimmt will mich töten das geht natürlich gar nicht und somit möchte ich schon und man kann im Kirche der Gelübde kann man das wieder rückgängig machen Leute Ja und ich habe auch schon das was ein Himmelstau das braucht man dafür nämlich so wo nur habe ich die schon die äh diese Kirche So wo ist da irgendwo die Kirche der Gelübde oder so Kirche der Gelübde Kirche der Gelübde die habe ich noch gar nicht freigeschalten diese Kirche kann das sein Karton unten das Gräber weiß vierte Kirche von Marika Ähm Drachenkommunion Küstenhöhle der erste Schritt nur da brauche ich überhaupt nichts machen Wo ist die Kirche der Gelübde Leute die habe ich wahrscheinlich noch gar nicht freigeschalten Ähm Rannis Turm Straße zum Anwesen Nördlicher Seehofer von Leone Zauberinsel Ähm Nö ich habe die Kirche der Gelübde noch überhaupt nicht freigeschalten Leute Wo soll das jetzt sein Ich würde einmal sagen Ähm Leute ich weiß es jetzt ehrlich nicht Wo die Kirche die Kirche der Gelübde ist Hütte des Künstlers Trübflusshöhle Nö Also ich habe das auf jeden Fall noch nicht freigeschalten Dann war das ähm Xbox Account drüben Leute Okay Ähm Was mache ich jetzt einmal Jetzt gehe ich einmal zum äh zur Tafelrundfeste Gehe ich einmal rüber Ah ist einfach so Zur Tafelrundfeste ihr Lieben Servas Ah da ist ein Ähm 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 Ich bin kein Ninja von König und kriege Liebwind Ah Leute Äh ok Da war ein Einträglich Leute Bosse Gegner zur Fall gebracht Eigentlich war der ja nicht schwer Hör Leute Was ist da jetzt? Okay Tafelrundfeste Greifende Knochenhand Aber es zählt zu einem Boss Gegner Somit notiert Leute Servas Ah Du wirst du gut machen Sehr gut Sehr gut Gut dann So Mal schauen Mal schauen ob ich irgendwas machen kann Ich habe keine Dunkelschmitte Kann ich vielleicht Geistereinstimmung machen Äh Zauberer der Skelett Miliz Verrotenden Hund Ehrlich gesagt Nö Meine Waffen kann ich auch nicht verstärken schätze ich mal oder Waffen verstärken Waffen verstärken Nö Geht nichts Ja wurscht jetzt So Also Da unten sitzt jetzt nämlich glaube ich die eine Die Nefelilu Ja da ist sie Schau da mal Ah Du Bitte Lass mich Es ist pathetisch Ich weiß Ich muss nachdenken Okay Ah Du Bitte Es ist pathetisch Ich weiß Aber Dann denke weiter nach Ich denke Ich denke Leute Das ist vom Film Nachts im Museum Ich denke Ich denke Ich glaube das ist der zweite Teil So fertig Ich habe ja eigentlich was zum abgeben bei der komischen da Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht da ist nämlich eher nicht mehr da Schaut mal Händes Toten Königs Vom Toten König haben wir da alles eigentlich Äh Fehl ist Verzweiflung Da kann ich reden Aha Ihr habt es schon gehört Verlord Es scheint die Welp Harvards Erfurt zu haben So, I had no further use for her. Honestly, what a man to do. A determined plebeian is more wicked than an Omenhorn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Okay. Über Encher. Oh, my apologies for that nasty business. Encher got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Encher is slain and gone. Finished. Forevermore. Okay. Ah, yes. Allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Alvinorik-Frau, find her in a cave to the west of the Laskia. She knows the location of the medallion you have to find, but I'm sure. Find the Alvinorik-Frau, find her in a cave to the Laskia. Gut. Dann muss ich die Alvinorik-Frau finden, Leute. Das ist auch wichtig. So, dann einmal hier. Keine Klangpärchen zum Anbieten. Was kannst du mir verkaufen? Du hast nur Dunkelschmiede Stein 1 und 2 momentan. Okay. Gut, dann gehen wir mal raus von da wieder. Was mache ich hier mich jetzt? Das heißt, ich würde mal sagen, soll ich jetzt noch wagen, einen Monsterkampf zu machen? Ja. So, Keller. Entschuldigung, Leute. Ich habe das jetzt einmal genau treffen müssen. Hey, Leute. So, wie jetzt geht es los? Probieren wir noch einmal diesen Bossgegner. Ja, ich hoffe, irgendwann einmal, dass ich den schaffe, Leute. Aber der ist so mega stark. Das ist Wahnsinn. Tschüss. Fast. Super. Das war jetzt ein super Run. Gut, ihr Lieben. Dann. Würde ich einmal sagen, nehme ich die Flasche der wundersamen Arznei und den Kopf los mal rein. Ich bin, 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 ich bin Zack, wir drücken eine Stücke durch. Ah, die Bastille! Leute, ich bin gerade so konzentriert. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Leute, das war doch, schaut einmal die Leben von dem an. Das ist unglaublich, nur noch drauf blasen und ich schaffe es nicht. Das ist ja wirklich das, was ich, das ist ekelhaft so was Leute. Unglaublich Leute, es ist zum, Leute, ich glaube es nicht. Danke, fertig. Nächster, bitte. Hat er was getroppt? Nö. So. Ja, es ist einfach unglaublich, Leute. Es ist Wahnsinn. Ja, der Kopflose macht einfach nicht sehr brav mit, finde ich. Leute, der macht seinen Wirbelschmeißer hier. Ich will den haben, Leute. Ich will den haben. Es ist einfach so. Ich will den Typen haben. Und das kann ja nicht sein. Leute, ich... Ich will den wirklich machen. Tschüss. Ja, den Grimm kehren ich ganz gut schon hin. Es ist unglaublich, Leute. Es ist wirklich schrecklich. Nimm dir den vor. Ils Film sind, ihr wisst ihr? Du sprichst. Schau, schau. Khun, Khun, Khun. Was ist das? Was ist das? Ich war halt dran. Weg, 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 weg... Aufgepasst hier, der Wirbelwind hier, der ist nicht ohne. Weg, 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 weg! Ich wollte doch schon 300 Mal weg hier, aber bis der reagiert, wenn er ruft, dann... Nö, Leute, aus. Ich schaff den einfach nicht. Ja, weiter geht's. Weg da, weg da, weg da, weg da. Das geht nur noch um drei Zentimeter, Leute. Ich kann einfach da nicht... Ich komme nicht da drüber. Ich möchte auf jeden Fall einmal wissen, wo da die Kirche der Gelübde ist. Randgebiet des Totenwasserdorfs. Wo kann ich mich denn da jetzt überhaupt noch umschauen? Kirche von Irith. Was haben wir da? Seeklippen. Da ist die Kirche von Irith. Und da unten ist ja auch noch irgendwas, oder? Da schaue ich einmal zu den Seeklippen hin. Ja, vorher habe ich eine Menge Runden verloren, also wie ich dann das erste Mal gegen den jetzt gestorben bin. Leute, es ist schon Wahnsinn. Denn ich finde einfach keinen dunklen Schmiede stand 7, Leute. Das ist unglaublich. So, wohin? Da ist zum Beispiel die Kirche von Irith. Ich werde mal mein Taitria, äh Reiztier nehmen. Die Kirche von Irith, da war ich doch schon. Ja. Genau. So. Und ich glaube, ich muss da raus. Da ist ein Friedhof und da geht's runter, Leute. Aber wohin? Ich möchte da runter. Da komme ich wieder zum Seeufer von Leonia. Da war ich doch schon. Da muss ich woanders hin, Leute. Die Kirche von Irith. Geht's da rüber irgendwo? Nö, schätze ich mal nicht. Leute, nö, da können wir nicht hin. Ich schätze mal, dass man da wahrscheinlich, ähm, nur hin kann, da unten. Das möchte ich mir auch nochmal anschauen. Kammer auf der Aufzugsseite. So, ihr Lieben, also ich würde jetzt einmal sagen, äh, wo ist Tectus Aufzug? Der muss ja da irgendwo oben sein, oder? Oder, 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 oder nicht? Tectus Aufzug, wo bist du? Den haben wir doch schon mal. Weil jetzt kann ich nämlich zum Tectus, äh, zum Tectus Aufzug hin. Tor von Selya, äh, schwelender Wall, Ruinen, Niedererdenbaum, Freundesbalkon, Gale-Tunnel, und hat Zeit auf dem Gale-Fest und was, 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 was? Äh, Hütteres-Kirche, boah, das ist schon so viel da auf der Karte, das ist Wahnsinn. Wo ist denn der Tectus auf, Aufzug von Tectus? Aufzug von Tectus. Tectus. Da ist Kirche der Gelübde, Leute. Hey, ja, denke ich mir schon. Ich habe mir schon gedacht, habe ich den jetzt nicht schon freigeschalten, oder? Ich weiß es nicht. Gut. Gut. Dann werde ich auf jeden Fall den Himmels-Tau benutzen. Ähm, jo, den werde ich benutzen, weil da kann ich nämlich Alexander wieder besänftigen. Hehehe. Himmels-Tau für Absolution benutzen? Ja. Passt. Jo! Leute, und jetzt ist Alexander, eure Sünden sind vergeben. Passt. Gut. Wo ist Alexander jetzt? Der Alexander war ja, ähm, der Alexander, wo war denn der jetzt schnell? Sündige Sumpf, Terror von Selya, Herz für eine ohne Nö, ähm, schwellender Wall, irgendwo da. Ah. Tiefenbrunnen von, tiefer Brunnen von Siofra. Ich glaube, da drin war es. Kann das sein? Tiefen, Siofra, tiefer Brunnen von Siofra. Wo, wo ist das jetzt genau? Ist das da, wo der komische, äh, 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 Ding da war? Ja, jetzt lädt es wieder zehn Jahre. Nö, Leute, voll nicht. Ah! Hütte ist aber schon ein abgestellener Händler. Wo haben wir denn den jetzt? Hier, oder? Geldtunnel. Ja, genau. Da, glaube ich, war da. Jo! Leute, dann würde ich einmal sagen, glaube ich, dass ich da jetzt richtig bin, ne? Nö, da. Geldtunnel hintereingang. Ja, da, Leute. Sagt er mal. Ja, verzeiht mir, Leute. Ah, unglaublich sowas. So, da ist er. Gut. Servus. Alexander. Ah, Alexander. Da ist er. Reden. Okay. Okay. Tag. Ja. Ja. Kannst du nicht einfach dein Herz aufhören? Es ist Zeit, dass ich zum Festival aufhören. Kannst du nicht... Nach Schloss Rotmähne. Kammer außerhalb des Platzes? Ja. Schlossplatz. Kann das Fest jetzt losgehen? Habe ich alle oder nicht? Denn nur wenn ich alle zusammen habe, die mir helfen können bei Radar, kann ich den Radar machen. Leute, wen habe ich denn da noch nicht? Ich kann das noch immer nicht machen. Wer fehlt mir da noch? Wer fehlt mir da noch, Leute? Ja, das muss ich jetzt noch in Erfahrung bringen. Aber in der nächsten Folge machen wir dann weiter, ihr Lieben. Und ich hoffe, du bist auch wieder dabei und es hat weiterhin Spaß mir zuzuschauen. Das wäre natürlich ganz fein und ich würde mich freuen. Das reimt sich auch. Ja, bis dahin macht es gut bei allem, was ihr tut. Game over und ciao.